In diesem Video stelle ich euch den Profilfugenschneider CompactCut 300P vor. Dieser dient dazu, um Schnitte bis zu 18 cm tief in Beton- und Asphaltböden durchzuführen. Das Sägeblatt kann stufenlos gehoben oder gesenkt werden. Auch die Sägehaube ist leicht abnehmbar. Der Wassertank umfasst 30 Liter Kapazität und ist nach vorne gekippt. Somit ist ein leichtes Wiederbetanken möglich. Alternativ gibt es einen externen Wasseranschluss. Durch den Vibrationsdämpfungsgriff verbessert sich die Bedienerfreundlichkeit des Gerätes sehr und mit Hilfe der Kanaufhängung lässt es sich auch bestens transportieren.